Gary ist bei Sturm der Liebe traurig, dass es Florian immer schlechter geht. Er möchte sich ablenken und unternimmt deshalb mit Hausschweinchen Chantal einen Spaziergang. Allerdings schafft es Chantal dabei auszureißen und Gary zu entkommen. Dabei läuft sie zufälligerweise einem anderen Charakter über den Weg, der sie auch prompt behalten möchte. Ob Gary und Co. das Schweinchen wiederbekommen? Währenddessen suchen Maya und Hannes verzweifelt nach einer Möglichkeit, um Florian zu retten. Sie erfahren von einem Professor, der früher an dieser Art Bakterien, mit denen sich Florian infiziert hat, geforscht hat. Doch der Professor ist untergetaucht. Ob die beiden ihn finden können, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Donnerstag um 15.10 Uhr in der ARD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017